Vielen Dank für über 500 Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass der Kanal so schön wächst und vor allem, dass auch euch meine Videos gefallen. Ich möchte hier auch noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Videos, die ich jetzt so in den letzten Monaten veröffentlicht habe, halt auch alle in unterschiedlicher Reihenfolge geschaut werden, weil sie wahrscheinlich in vielen Feeds auch unterschiedlich angezeigt werden und werden dann auch weiter munter kommentiert natürlich und dann werden Fragen gestellt und jemand benötigt Hilfe. Und es ist dann, finde ich, ein bisschen schade, dass die Leute, die jetzt regelmäßig die Videos gucken, die schauen in der Regel ja nicht auf die letzten 5, 6 Videos und gucken da nochmal in den Kommentaren rein, ob da irgendwer was reingeschrieben hat, um dann quasi mit einzusteigen und vielleicht mit zu unterstützen oder auch einen Tipp zu geben oder einfach mal zu diskutieren. Und deswegen habe ich uns einen Matrix-Server erstellt, also den Server nicht selber, sondern ich poste den über matrix.org. In der Videobeschreibung findest du diesen Link hier. Der sieht ein bisschen lang und kryptisch aus. Das ist aber nicht so schlimm, wenn du draufklickst, kommst du hier auf diese Seite. Die sagt dann einfach nur, hey, du wirst jetzt auf matrix.org umgeleitet. Das ist dann auch okay. Und dann kommst du hier zu einer Auflistung verschiedener Anwendungen, die du nutzen kannst. Das sind im Prinzip alles Chat-Apps. Die kannst du per Flathub runterladen oder auch aus dem Redpositories installieren. Und ich empfehle die Nutzung von Element. Mit Element hat man die größtmögliche Nutzung. Und Element ist eben verfügbar für alle Plattformen, Windows, Linux, als Web-App. Dann für Android, es gibt eine iOS-App im App-Store. Also Element ist so das, was ich dann auch empfehle. Dann einfach hier auf Weiter. Ich habe jetzt hier Element schon installiert. Ich mache jetzt hier aber mal Cancel. Und sage dann einfach Continue in your Browser. Wenn du das also erstmal ausprobieren möchtest, einfach Continue in your Browser. Und dann wirst du quasi gebeten, dich einmal einzuloggen. So, hier Public Space kannst du einfach auf Join klicken. Und dann musst du einen Account anlegen. Also entweder hast du schon einen Matrix-Account, vielleicht durch einen anderen YouTuber oder so. Oder du kannst einfach einen erstellen. Das ist im Prinzip nur Benutzername und Passwort. Einfach, dass du dich selber quasi wiedererkennst. Ich habe natürlich schon einen und werde mich jetzt hier mal fix einloggen. So, und wenn du eingeloggt bist, findest du hier auf der linken Seite dann das Logo von so einem Typ im Internet. Und dann werden dir hier in der Mitte zwei Räume angezeigt. Einmal Ankündigung und einmal der Chatraum. Chatraum da einfach auf Betreten gehen bei beiden. Und dann werden die hier auch bei Rooms angezeigt. Ja, bei Ankündigung, da ist jetzt noch nicht so viel drin. Da werden dann immer die neuesten Videos angekündigt oder halt auch andere Ankündigungen, wenn Aktionen oder Umfragen oder sowas ist. Der Chatraum selber ist dann für euch zum Chatten. Vielleicht werde ich dann in Zukunft noch ein paar Räume dann da hinzufügen mit verschiedenen Themen, sodass dann miteinander gechattet werden können. Zum Themen, zu Linux-Themen. Vielleicht auch, kann jeder seinen Desktop mal zeigen. Und das Gute ist, der Kontakt hier ist komplett verschlüsselt. Also Encryption Enabled, das ist also End-zu-Ende-Verschlüsselung. Gut, also Link in der Videobeschreibung. Und ja, dann wollen wir mal loslegen mit dem eigentlichen Video heute. Nämlich heute geht es um Solos. Ich werde heute Solos installieren. Also, schnappt ihr einen Tee. Los geht's. Einen wunderschönen, sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Und ja, ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir Solos. Solos ist ein eigenständiges Betriebssystem. Das ist also nicht irgendwie basierend auf irgendeinem anderen Betriebssystem. ist 2015 quasi das erste Mal in seiner ersten Version herausgekommen. Und war, das hat mich ein bisschen überrascht, das wusste ich tatsächlich nicht, seit 2014 gemeinschaftlich entwickelt und ist als Nachbau von Google Chrome OS bekannt. Also es sollte tatsächlich quasi eine Open-Source-Alternative zu Chrome OS werden. Und das finde ich ist wunderbar, ist wunderschön. Und Solos hat dann auch quasi zu dem Betriebssystem auch gleich seinen eigenen Desktop, also seine eigene Desktop-Umgebung gleich mitgeliefert. Nämlich den Budgie Desktop. Das ist der, den Budgie Desktop, den werden wir dann heute noch kennenlernen. So, dann einmal auf Downloads. Und dann werden hier Vorschläge vorgelegt, was wir hier herunterladen können. Zum Beispiel Solos mit dem Budgie Desktop, den nehmen wir auch gleich. Dann gibt es noch GNOME, Solos mit Plasma Desktop, für die, die Plasma mögen, und MATE, den MATE Desktop. Einmal entweder auf Download geklickt, dann wird direkt die ISO heruntergeladen. Ich nutze immer Torrents, weil Torrents mit Transmission entlasten so ein bisschen die Server. So, und dann erstellen wir eine neue Maschine, eine neue virtuelle Maschine. Und lokal durchsuchen. Der hat hier nämlich einen Ordner erstellt. So, los und öffnen. So, hier hat er nicht automatisch erkannt. Also nehmen wir hier Generic OS. Wir brauchen gar nicht so viel RAM-Speicher. 4.000 reicht, also knapp 4 GB. Und die Festplatte machen wir 50 GB groß. Dann einmal weiter. Wir nennen das Ganze Sollbox. Und Konfiguration werden wir noch bearbeiten. Und das Netzwerk habe ich hier. Einmal fertig. Und dann stellen wir hier den Chipsatz noch auf UEFI ein. Damit wir hier eine vernünftige UEFI-Installation machen können. Aktivieren das CD-Laufwerk. Und machen aus der Festplatte eine WIRT-IO und aus dem CD-ROM-Laufwerk ein SATA-Laufwerk. Weil sonst funktioniert das nämlich nicht. Und anstatt den QXL-Treiber werde ich auch hier den WIRT-IO-Treiber nehmen. Weil wir sonst nachher Probleme möglicherweise mit der Skalierung bekommen. Also mit der Auflösung. Gut, dann sind wir soweit fertig. Und einmal auf Start. Dann können wir hier Vollbild. Machen. Und dann sind wir auch schon hier. Es ist ein einfacher System-D-Starter. Solus 4.3. Einmal auf Starten. Und schon hören wir die zauberhafte Startmelodie. Und werde jetzt hier ganz fix mal den Bildschirm etwas höher auflösen. Okay. Und Keep. So. Dann hätten wir hier. So, das ist im Prinzip die Budgie-Oberfläche. Sieht also sehr schön clean, sehr aufgeräumt aus. Wunderschön dieses Hintergrundbild. Also kann man sich gar nicht richtig satt sehen, finde ich. Gut. Und hier gibt es den Punkt Install OS. So, einmal hier. Und wenn ich jetzt groß mache, dann ja, machen wir groß. So, einmal Germany. German, Germany. Das ist die Sprache. Dann steht hier Find My Location Automatically. Da ich jetzt hier mit dem Internet verbunden bin, ist das kein Problem. Könnte man machen. Ja. Ansonsten, falls du offline installierst, kannst du dann die Zeitzone und so weiter dann noch manuell auswählen. Hier hat das jetzt erkannt. Dann hier die Tastatur. Da möchte ich die German, Germany Nodet Keys haben. Da haben wir sie auch. Einmal Next. So, hier zeigt er mir nochmal die Karte an. Jawohl. Das ist korrekt. Dann, hier sind wir jetzt bei der Festplatte. Das ist unsere Festplatte. Automatische Partitionierung werden wir hier auch lassen. Ansonsten, falls du schon eine Festplatte partitioniert hast, kannst du hier noch die Mount Points schon festlegen und dann direkt auf diese Mount Points installieren. Wenn du die Festplatte manuell partitionieren möchtest, kannst du das nicht hier im Installer machen, sondern dazu müsstest du dann G-Parted hier separat öffnen. Das ist ja hier vorinstalliert. Einmal G-Parted geöffnet. Und dann müsstest du die manuelle Partitionierung vorher hier durchführen. Was Partitionierung und Formatierung und was das alles bedeutet, findest du hier oben auf dem i. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht. So, dann hier auf Weiter. Dann können wir hier LVM, Logical Volume Management, aktivieren und das Ganze dann auch verschlüsseln. Brauchen wir jetzt nicht. Ansonsten schau dir ruhig mal das Debian Video an, denn da habe ich mich mal so richtig mit Logical Volume Management ausgetobt mit LVMs. Da kannst du dir mal anschauen, was das überhaupt ist und ob das für dich überhaupt was ist. So, dann weiter. Jetzt kommt der Hostname. Wie soll mein Computer heißen? Das ist also, ich nenne es Sollbox. So, weiter. So, Username. Das ist Typ. Hier kann ich jetzt so ein Typ im Internet. So, Passwort akzeptiert er leider keine drei Buchstaben. Warum wohl? Es muss tatsächlich ein sicheres Passwort sein. Okay, dann machen wir halt. Jawohl, noch sitzt. Ach herrje. So, jetzt hat das. Da habe ich einfach noch ein paar Zahlen hinten dran gehängt und dann funktioniert das. Einmal hinzufügen. Und das ist auch sehr schön, denn jetzt habe ich hier die Möglichkeit, weitere Benutzer gleich hinzuzufügen. Das wird bei vielen Installern irgendwie immer vernachlässigt. Da wird immer ein Benutzer hinzugefügt und dann geht die Installation weiter. Ein weiterer Nutzer muss man dann später hinzufügen. Was ja zwar auch okay ist, aber hier finde ich das schon schön. Hier kann man im Prinzip die gesamte Familie schon gleich hinzufügen. So, machen wir mal weiter. Dann kommt hier nochmal eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt hier alles so eingestellt habe. und sage einfach installieren und okay. Und es hat wirklich nur ein oder zwei Minuten gedauert und damit ist die Installation dann auch durch. Und ja, wer möchte, kann jetzt hier einfach noch ein bisschen weiter rumspielen. Oder wie wir jetzt einfach restarten. Und dann wird das Ganze hier neu gestartet. Und da sind wir auch schon im Login-Bildschirm. Einmal eingeloggt. Und dann gleich die Bildschirmauflösung ändern. Hier werde ich auch schon informiert, dass Aktualisierungen verfügbar sind. Denn die Installation lief ja direkt von der CD quasi, also von der ISO. Es wurde also nicht aus dem Internet heruntergeladen. So, ja, wie wir sehen, ist schon alles auf Deutsch hier eingestellt. Außer die Bestätigung, ob die Displayauflösung jetzt so bleiben darf oder nicht, war irgendwie auf Englisch. Ja, ist halt noch nicht alles 100% übersetzt. So hier, genau wie System Settings. Man hätte es auch Einstellungen nennen können. Gut, ja, schauen wir uns mal ganz fix hier so ein bisschen den Budgie-Desktop an. So, hier haben wir Desktop-Symbole. Einmal den Papierkorb und den eigenen Home-Ordner. Ah, man darf also nicht doppelklicken, sondern einmal Klick reicht. Kein Doppelklick. Okay, gut. So, und ja, das ist dann der ganz normale File-Browser-Dateien. Den kennt man von Gnome, wenn ich mich nicht irre. Den gibt es bei Gnome auch. Auch wenn jetzt vieles nach Gnome so ein bisschen aussieht. Auch die Einstellungen hatten wir ja eben hier. Wir waren schon in den Einstellungen. Erinnert einen so ein bisschen an Gnome-Einstellungen. Ja, es werden dieselben Tools benutzt und dieselbe Bibliothek, nämlich die GTK-Bibliothek. Allerdings ist Budgie kein Fork von Gnome, sondern Budgie ist tatsächlich eine eigens entwickelte Desktop-Umgebung, die eben mit diesen GTK-Werkzeugen gebaut wurde. Und da bietet es sich dann an, natürlich auch Gnome-Programme gleich mit in das Betriebssystem zu integrieren. So, dann schauen wir mal, was alles so vorinstalliert ist. Bei Barrierefreiheit haben wir Onboard. Das ist eine virtuelle Tastatur, die dann hier angezeigt wird. Die LibreOffice-Bibliothek ist bereits vorinstalliert. Das finde ich sehr, sehr gut. Mit allem drum und dran. Und zwar in einer, ich würde sagen, aktuellen Version. Schauen wir mal. Jawohl. 7.14 ist ziemlich aktuell, soweit ich weiß. Mass-Formel und Base-Datenbank ist nicht mit installiert. Das kann man dann gegebenenfalls nachinstallieren, wenn man es denn braucht und möchte. Positiv hervorheben möchte ich da die Optik oder die Design-Gestaltung, die sich hier voll und ganz auf das Solus-Thema oder auf das Budgie-Desktop-Thema angepasst hat. Und das finde ich sehr, sehr schön, sowohl von den Symbolen her, als auch natürlich von der Farbe. Ja, ist also positiv hervorzuheben, hier in dem Fall. So, das ist auch so ziemlich alles, was wir im Büro haben. Ein Kalender noch. So, Grafik ist ein Bild. Einfacher Bildbetrachter wird mitgeliefert. Und ansonsten haben wir noch einen Dokumentenbetrachter. Das ist quasi der PDF-Viewer, Archivverwaltung und so weiter. So, die üblichen verdächtigen Laufwerks- und Systemüberwachung, Taschenrechner und ein Terminal. Terminal werde ich schon mal aufmachen und hier unten anpinnen. Favorit. Danke. So, dann Internet. Der Firefox ist als Standardbrowser vorinstalliert. Und ich nehme mal an, es ist der neueste. Ja, das sieht man. Hier fehlt der Home oder dieses Häuschen, dieser Home-Button, sage ich mal. Und deswegen sind wir hier ziemlich neu. Obwohl, der 89 ist jetzt nicht das neueste. Aber wir gucken mal nachher, wenn wir die Updates gleich machen, was dann drauf ist. So, ansonsten noch Thunderbird und Hexchat. So, Multimedia. Wir haben Gnome MPV. Den MPV-Player finde ich sehr, sehr schön. Der ist super minimalistisch, absolut stabil und schnell. Und die Gnome-Variante, hier Gnome MPV in einer Alpha-Version, ist einfach nur die GTK-Oberfläche. Denn Gnome MPV selber kommt in der Regel ohne Oberfläche, einfach nur mit dem Bildschirm. Hat auch keine Steuerung hier. Und Gnome MPV ist einfach nur mit Desktop-Oberfläche. So, und ansonsten haben wir noch Rhythmbox als Wiedergabeprogramm für Musik. So, was haben wir noch? Drucker, Einstellungen und Einstellungen, das ist okay. Dann hier sämtliche Einstellungen, die man so braucht. Auch Datum, Uhrzeit, Bluetooth, Treiber, wenn man noch zum Beispiel einen Nvidia-Treiber benötigt. Hintergrund werden wir uns gleich noch angucken. Und dann gibt es hier auch noch das Software-Center. Systemwerkzeuge haben wir, das Partitionierungstool und die Bagi-Desktop-Einstellung. Und dann haben wir hier bei Zubehör noch einen Texteditor und unseren Dateimanager. So, wenn ich hier Rechtsklick auf den Desktop mache, komme ich hier nur in die Systemeinstellung und in den Bagi-Desktop-Settings. Hier kann man dann noch so ein bisschen den Stil einstellen, wie zum Beispiel möchte ich, ich kann ja mal hier noch ein Fensterchen öffnen. Plata ist zum Beispiel das Standard-Design. Da gibt es noch das Plata, das normale Plata. Es hat also einen dunklen Rahmen oben und der Rest ist hell. Dann gibt es noch Plata Lumine. Das ist dann komplett hell, wer es also wirklich hell mag. Ich mag das nicht so, weil das einfach viel zu sehr blendet. Und dann das Plata Noir ist dann das, was jetzt standardgemäß schon eingestellt war. Und alle diese gibt es noch mal als Kompakt-Version. Da wird dann hier oben einfach diese Leiste oben ein bisschen kleiner gemacht. Oh, ich habe jetzt Lumine genommen. Ich nehme nochmal Noir Kompakt. Ja, dann ist hier oben die Leiste ein bisschen kleiner. Ja, und dann kann ich hier noch die Icons ändern. Also die Symbole, dann den Cursor und Benachrichtigungen-Optionen und so weiter. Gut, und das andere sind dann die Systemeinstellungen, die hier sind. Das ist, ja, wie gesagt, das sieht dann ähnlich aus wie Gnome. Die Gnome-Einstellungen, die ganz normalen Gnome-Settings. Und da gibt es dann eben auch die Hintergrundbilder. Ja, das war jetzt eben als einzelner Punkt hier. Und der ist in den Einstellungen mit hinterlegt. Ja, und das sind quasi die Hintergrundbilder, die mitgeliefert werden. Das sind quasi die ganz normalen, ja, Linux-Wallpaper, die so ziemlich überall mitgeliefert werden. Viel Natur, wirklich traumhafte Bilder, wunderschöne Fotos. Ja, oder hier eine Katze. Guckt ein bisschen grimmig. Naja, so, dann haben wir hier noch einen Orang-Utan. Ist auch sehr schick. Aber auch noch selbst kreierte, wie zum Beispiel dieser schöne, cleane Solos-Desktop-Hintergrund. Oder das Ganze ein bisschen in Stein gemeißelt. Ja, da kann man dann ein bisschen schauen. So, ihr belassen es jetzt einfach bei dem normalen Hintergrundbild. So, und dann als nächstes gibt es das Software-Center. Ja, das Software-Center erinnert mich so ein bisschen an Parmak. Das ist ja das Software-Center für Arch Linux. Das ist ähnlich, ja, rudimentär aufgebaut. Also wirklich sehr einfach gehalten. Hier, zu Beginn haben wir hier gleich die oberen Kategorien. Desktop, Theming, Spiele, Internetanwendungen und so weiter, Bürosoftware und Sicherheitssoftware. Was haben wir da noch drin? Kryptografische Dienstprogramme. Und dann gibt es da nochmal die Unterkategorien. Ja, Spielen in Solos, Kartenspiele, Actionspiele und so weiter. Spiele, Sammlungen. Und dann kann man hier im Prinzip die Pakete herunterladen, die man haben möchte. Da sollte man dann durchaus schon wissen, was man möchte. Ja, hier gibt es dann auch den Steam Launcher. Gut, ansonsten bin ich jetzt hier rausgeschmissen. Das ist irgendwie so ein Bug, das ist mir schon beim Testen aufgefallen. Auch mit dem Terminal, dass sobald ich irgendwas gemacht habe und das Terminal oder jetzt in dem Falle der Software-Center geschlossen habe, dass er mich einfach ausgeloggt hat. Kurios. Naja, das scheint aber, könnte aber mit der virtuellen Maschine zusammenhängen. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein Standardfehler ist, denn im Internet habe ich jetzt zu diesem Problem in Anführungsstrichen nichts gefunden. Also scheint das kein Ding zu sein. Das ist jetzt hier wahrscheinlich einfach nur wegen der virtuellen Maschine. So, was ich sagen wollte, man kann natürlich auch die Software ganz normal auch über die Konsole installieren und updaten. Und dafür gibt es, hat oder bringt Solus seinen eigenen Paketmanager mit. Und zwar EOPKG nennt er sich. Also sudo EOPKG. Das ist dann quasi das, was bei Ubuntu oder so das Upt nachher ist. Ja, und dann kann ich erstmal die Repositories kurz synchronisieren mit UR, also Update Repository. Dann ein Passwort eingeben. Und ja, dann werden die Depot-Informationen quasi gezogen. Ja, und danach kann ich zum Beispiel auch Upgrade durchführen. Und dann wird, ja, werden alle Pakete dann aktualisiert, die jetzt so aktualisiert werden müssen. So, es ist hier eine ganze Menge. Wollen Sie fortfahren? Ich sage erstmal Nein. Denn ich will auch mal noch schnell schauen, welcher Linux-Kernel denn überhaupt mitgeliefert wurde. Und zwar die Version 5.13. Das ist jetzt nicht der brandneueste, ist aber ein aktueller Stable-Kernel. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hier war der aktuellste Kernel, ich glaube 5.15.10. Können wir gleich nochmal gucken. Bei kernel.org findet man das dann immer. Punkt.org. Ja, man muss es auch richtig schreiben, natürlich. So, ja, 5.15.10 ist dann der latest Stable-Release. Und ja, ist also nicht der aktuellste, aber ist es jetzt auch nicht veraltet. So, dann machen wir mal ein Upgrade. Und das wird jetzt tatsächlich eine Weile dauern. Also der Paketmanager ist jetzt nicht der schnellste. Und deswegen, ja, warten wir jetzt einfach mal ab. So, die Updates sind durch. Das hat dann doch eine kleine Weile gedauert. Und ja, wir gucken mal, was wir gleich noch nachinstallieren können. Ich möchte ja gleich noch ein bisschen was ausprobieren. Und habe aber auch vor, den Rechner gleich nochmal neu zu, beziehungsweise die virtuelle Maschine gleich nochmal neu zu starten. Sollte man bei einer großen, langen Installation immer mal machen dann, wenn die Installation durch ist, einfach mal das System neu starten. Aber zuvor will ich mal noch NeoFetch schon mal mit nachreichen. Achso, das heißt Install, ganz einfach. Ja, also sudo eopkg install. Und dann einfach hintereinander weg. Alles, was man installieren möchte. NeoFetch dann hartop, weil ich möchte mir mal dann anschauen, wie die Performance überhaupt so ist, wie, ja, lastig das ist. Und ja, das sollte erst mal reichen. Das installieren wir jetzt mal noch schnell. So möchten sie fortfahren. Achso, weil folgende Pakete noch nachinstalliert werden müssen. Ja, dann werden diese im Depot gesucht. Und dann ist er auch schon fertig. Das ging dann doch recht fix. Und ich sage jetzt mal ganz fix Reboot. Und auch das ging recht fix. Und dann sind wir wieder drin. So, schauen wir mal, ob der Kernel sich geändert hat. Ja, ist geupdatet worden von 5.13 irgendwas jetzt auf 5.14. 5.21. Ich glaube, das ist dann auch der latest Stable Release, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt hatte vorhin. Kernel.org. Ah, das war der EO End of Life. Der ist das letzte Mal am 21.11. aktualisiert worden. Und der wird auch nicht mehr weiter aktualisiert. Das heißt, der 5.14.21 ist der, ja, der wird nicht mehr weiter aktualisiert. Das heißt, er wird dann wahrscheinlich Anfang Jahr 2022 wahrscheinlich dann auf 5.15.10 geupgradet. Werden wir sehen. So, dann ansonsten. Dadurch, dass wir jetzt komplett neu gestartet haben. Gut, ich habe den Firefox jetzt geöffnet. Aber es sollte ja trotzdem nicht schlimm sein. Schauen wir mal, wie die Performance so ist. Klar, meine sechs Kerne, die ich vergeben habe, da wird nicht viel sein. Der macht ja jetzt auch nicht allzu viel. Aber vom RAM-Speicher, das sehen wir dann hier. 644 MB. Das ist wirklich wunderbar sparsam für eine GTK-Desktop-Umgebung. Ja, also es ist wirklich super schlank auch. Und das bedeutet, dass der Budgie Desktop durchaus für alte Geräte sehr gut geeignet ist. Dass überhaupt Solos dann auch für ältere Notebooks geeignet ist. Ich weiß aber aus Erfahrung, dass wenn man ein Betriebssystem mit einem neueren Kernel auf ein altes Notebook oder zum Beispiel einen alten Rechner installiert, gibt es Probleme, dass bestimmte Sachen nicht funktionieren, dass das Ganze nicht richtig lädt, nicht richtig erkannt wird, wie auch immer. Und auch hier bietet Solos dann eine kleine Abhilfe und auch eine Empfehlung, ganz offiziell. Und zwar die Installation eines LTS-Kernels. Einfach sudo eopkg install und dann Linux minus LTS. LTS steht für Long Term Support. Das heißt, das sind alte Kerne, die weiterhin gepatcht und geupdatet werden, die aber in diesem alten Stand gelassen werden, eben aus Performance-Gründen. Das hat nicht funktioniert, sagt er mir hier. Aus Performance-Gründen oder eben aus Kompatibilitätsgründen. So, und hier sehen wir auch schon, es wird die Version 4.14 dann installiert. Hier sehen wir Version 4.14. Und um diesen Kernel zu aktivieren, einfach Reboot. So, ich habe die Maschine neu gestartet, allerdings wurde mir der Bootmanager nicht angezeigt, also das Bootmenü. Und das liegt daran, dass ich den erstmal aktivieren muss oder aktiviert ist er schon, aber ich muss die Timeout von 0 wenigstens auf irgendwas über 3 Sekunden mal setzen, dass der wenigstens einen Moment angezeigt wird. Denn nur so kann ich mir dann den entsprechenden Kernel aussuchen. Und das macht man recht einfach mit sudo clr-boot-manager. Und dann setzen wir einfach den Timeout auf 5. Auch hier muss man einfach mal richtig schreiben. So, Timeout ist jetzt 5 und jetzt muss man diesen Bootmanager nochmal aktualisieren. Also, clr-boot-manager. So, und dann einfach update. So, dann ist er geupdatet und dann können wir nochmal neu starten. Und da ist er auch schon. Das ist im Prinzip der clr-boot-manager, das ist also kein Graph-Bootloader. Und ja, hier sehen wir dann jetzt die zwei Kerne. Den hatten wir eben gebootet, das ist der 5.14. Und dann kann ich hier einfach auf den LTS-Kernel umsteigen und den LTS-Kernel laden, wenn ich das dann eher haben möchte. Hier muss dann auch gleich die Auflösung nochmal neu eingestellt werden. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip den neuen Kernel drin. So, hier, 4.14 LTS. Und das ist also ein stabiler Kernel, der funktioniert dann auch auf alten Rechnern, wenn ich noch ein altes Notebook im Schrank habe. Und mir gefällt Solos. Solos ist von der Performance her so toll, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und das Ganze auf einem alten Rechner auch zu installieren. Und funktioniert dann auch wunderbar. Da sind dann auch die Treiber für die alte Hardware drin. So, was kann ich also dazu sagen? Fangen wir mit der Frage der Fragen an. Ist denn Solos oder für wen ist Solos denn überhaupt geeignet? Für Anfänger, für Fortgeschrittene oder, oder, oder? Ist ganz klar, sowohl als auch. Also Umsteiger oder Neueinsteiger werden sich mit Solos wunderbar zurechtfinden. Die Dokumentation ist allerdings komplett auf Englisch. Also ich habe jetzt keine deutsche Dokumentation gefunden. Man muss also ein bisschen Englisch können. Und man muss damit auch, das muss auch für einen okay sein, wenn ich Solos nutzen möchte. Ansonsten, der Paketmanager ist ja super intuitiv, ist super einfach zu erlernen. Und selbst wenn ich umsteige von zum Beispiel Ubuntu oder Devian auf Solos, weil mir das gefällt, weil ich das ausprobieren möchte, dann ist das super, der Paketmanager ist quasi derselbe, nur anstatt Abt gebe ich halt EO-PKG ein und dann geht das auch. So, ansonsten lassen sich auch ganz normal Flatpacks und auch Snap-Pakete installieren. Ja, gerade wenn ich hier Spotify oder irgendwelche Drittanbieter-Software installieren möchte, dann empfehle ich da das Ganze über Snaps oder Flatpacks zu lösen. Auch das lässt sich super einfach dann einstellen. Und ja, dann sagst du mir doch einfach mal, was du von Solos hältst. Hast du Solos selber schon installierst oder nutzt du das sogar als dein Daily Driver, als dein normales Hauptbetriebssystem? Ja, schreib es einfach mal unten in die Kommentare rein. Ja, und ansonsten freue ich mich auch auf einen Besuch auf meinem Matrix-Server. Ja, einfach den Link in der Videobeschreibung folgen, einloggen und dann lasst uns diskutieren. Lasst uns, ja, ein bisschen chatten. Und ja, aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.